Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen Ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch Du hast mich oft gefragt, was mich zerreißt Ich wollte nicht, dass du es weißt Du hast allein zu Hause, hast mich vermischt Und dich gefragt, was du noch für mich bist Und dich gefragt, was du noch für mich bist Zu Hause bist immer nur du Zu Hause bist immer nur du Du hast mich abgeholt und hingebracht Bist mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht Ich habe in letzter Zeit zu oft daran gedacht Wir waren in Prag, Paris und Wien in der Bretagne und Berlin Aber nicht in Kopenhagen Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt Ich hab aufgehört, mich das zu fragen Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst Und dich gefragt, was du noch für mich bist Und dich gefragt, was du noch für mich bist Zu Hause bist immer noch du Zu Hause bist immer nur du Ich hab keine Heimat, ich hab nur dich Du bist zu Hause für immer und mich Ich hab keine Heimat, ich hab nur dich Du bist zu Hause für immer und mich Hey Leute, sorry, dass ich es mal wieder nicht geschafft habe Pünktlich zum Wochenende ein Video hochzuladen Das lag diesmal daran, dass ich auf einem Zitterseminar war Habe ich vorher noch nie gemacht, aber hat sich echt gelohnt Also ja, es gibt auch noch andere Zitterspiele als ich Ich bin da nicht der Einzige Und vor allem auch Leute, die das besser können Und ja, da waren halt so ein paar Zitterlehrer Und ich hab halt da mit noch anderen Zitterspielern Ein paar Lieder eingeübt Oder zumindest versucht Aber in der Kürze der Zeit war das echt schwierig Die so perfekt zu spielen Also ich werde jetzt noch zu Hause weiter üben Und gucken, dass ich das vielleicht mal hinkriege Und dann eins davon irgendwann mal Hier auf YouTube hochladen kann vielleicht Aber ja, mal sehen Es sind auf jeden Fall schöne Lieder Für Zitter und klingt gut War auf jeden Fall cool Also wer, falls noch jemand Zitter spielt Kann ich nur empfehlen, mal zu so einem Zitterseminar zu gehen Ich hatte ja nie einen richtigen Zitterlehrer Das hat mir alles mein Papa beigebracht Habe ich ja schon mal erzählt Und ja, deswegen habe ich auch noch ein paar Sachen Die ich da auch noch lernen kann Vor allem die Fingersätze und so Damit das alles ein bisschen flüssiger klingt Und technisch besser ist Genau Ja, und ja Deswegen kam das Video eben erst heute Ja, genau, soviel dazu Und jetzt nochmal zu dem Lied Also das Lied ist ja von AMK Oder An my canter ride Und ja, ich habe ja schon mal ein Lied von denen hochgeladen Und ich finde die halt ziemlich cool Auch die Stimme von dem Typ ist krass Und die Texte sind halt schön Ja, und deswegen dachte ich mir Warum nicht nochmal Und außerdem ist das erste ja ganz gut angekommen Und ja, wer es noch nicht gesehen hat Das erste Cover, was ich von denen gemacht habe Kann ich ja nochmal die Beschreibung packen Und ihr könnt es euch nochmal angucken Ja, genau Also ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen Wie das erste Und wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen Und ja Schreibt was Schönes in die Kommentare Irgendwas Keine Ahnung Wenn ihr Bock habt Und ja Ansonsten Bis zum nächsten Video Macht's gut Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.